Mahlze, herzlich willkommen beim Red Review Videomagazin und meinem kleinen Rundgang über die Osterkirmes in Düsseldorf. In Düsseldorf Grafenberg startet am K-Samstag die Osterkirmes und damit auch offiziell die Kirmes-Saison in Düsseldorf. Jedes Jahr zu Ostern startet auf dem Stauffenberger Platz am Fuß des Grafenberger Waldes die sehr familienfreundliche Kirmes. Warum handelt es sich bei dieser beliebten Kirmes um eine Familienkirmes? Zum einen gibt es ein sehr durchdachtes Sicherheitskonzept. Das ganze Kirmesgelände wurde eingezäunt und das Sicherheitspersonal wurde aufgestockt, weil es früher wohl öfter zu Ausstreitungen kam oder Randalen und anderen Kirmes-Idioten, wie man so kennt. Das hat sich mit den Jahren aber gelegt und wurde komplett in den Griff gekriegt. Außerdem ist die Musiklautstärke hier sehr reduziert, damit man sich auch noch unterhalten kann. Des Weiteren gibt es eine Familienkarte auf der Kirmes, wo man überall 10% Rabatt bekommt. Außerdem gibt es auch den Kirmestaler eine rabattierte Zahlungsart. Ich habe das eben gesehen als Beispiel, 25 Kirmestaler gibt es für 20 Euro. Die Osterkirmes findet vom 4. bis zum 12. April 2015 statt und täglich von 14 bis 22 Uhr. Die Frage ist natürlich, was bietet der Stauffenplatz alles für Kirmes-Fans? Zum einen den Breakdance vom Bruch, vor dem wir hier stehen. Der, was ich leider nicht weiß, warum. Ein paar Teile hat die fehlen, die etwas entscheidend sind für den Fahrbetrieb. Ihr könnt es aber in die Kommentare schreiben, wenn euch auffällt, was da fehlt. Naja. Dann noch Speedy Gonzales, die Familienachterbahn von Welte. Musik 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 Den Schlagerexpress von Dresden Musik 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 Beachmonster von Klinkerfuß Musik 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 Die Geisterstadt von Völlerhof Musik 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 Und den Autoscooter Diamond von Hartkopf und Osselmann Musik 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 Das war das grobe rund um die Kirmes und zu den Attraktionen. Jetzt wünsche ich euch noch sehr viel Spaß mit den Aufnahmen hier von der Kirmes und verabschiede mich dann jetzt schon mal. Bis zum nächsten Mal, euer Bro vom ReTV Videomagazin. Ich bin raus, ihr seid die coolsten und pös. Na? Möchtest du was über die Kirmes sagen? Ja komm! Wie gefällt dir die Kirmes denn hier? Ja, es gefällt mir sehr gut, am meisten die Gruselacht der Bande. Und kommst du jedes Jahr hier hin oder erstes Mal dieses Jahr? Ich war nicht jedes Jahr hier, lange Zeit war ich nicht hier, früher war ich hier, aber jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt komme ich auch bestimmt jedes Jahr. Alles klar, Dankeschön. Vielen Dank.